Ja, wir stehen hier in Paris, vom Shop von Paris Saint-Germain. Ich habe mich mit Kevin getroffen, auf dem Kakao. Und dann haben wir natürlich gesprochen über Paris, über die Nationalmannschaft, über Eintracht Frankfurt. Er hat sich natürlich sehr gefreut, dass wir auch in der Bundesliga geblieben sind. Er hat noch eine Woche Urlaub, deswegen konnte er leider auch nicht hierher kommen. Er fliegt morgen nochmal weg. Aber er hat uns ein Shirt von der Eintracht nochmal unterschrieben, um einen Gruß nach Frankfurt zu schicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017